Wenn Gott je auf Erden wandelte, so ist er es. Wenn du die überirdische Pracht sehen konntest, die der Nazarener in sich trug, so war es deine Pflicht, vor aller Welt die Wahrheit zu verkünden. Sie würden mir nicht glauben. Niemand würde mir glauben. Sie würden mich für verrückt erklären. Es ist ein Verbrechen, einen unschuldigen Mann hinzurichten. Es ist kein Verbrechen, wenn das Volk es so will. Sünder finden immer Gefallen daran, den, der ohne Sünde ist, zu vernichten. Hier, das Volk Jerusalems, geht auf die Knie und betet. Judith. Bist du es, Käufers? Nein, ich bin es, Barabbas. Barabbas, du warst schon immer tapfer. Rette mich. Rette mich. Ah, die Anhänger des Nazareners haben ihn ermordet. Pilatus hat euch seine Leute geschickt. Der Soldat wurde entlassen. Das Grab ist offen. Sie wagen es nicht zu sagen, dass der Nazarener auferstanden ist. Wenn du den Namen des Jesus von Nazareth in den Chroniken behältst, reiße ich dein Pergament in Stücke. Beruhigt euch, Käufers. Ich werde mich eurem Gefehl nicht widersetzen. Wessen Sohn ist er? Wessen? Gott, mein Herr, wenn du es so willst.